Wieder diese schöne Lava-Tapete. Der hat nichts im Noten, der Olle. In der Allus. Jetzt schämen soll er sich. Die Tapete hat er abgerissen. Die hat er auch nicht gemacht. Ist das ein Tisch? Ja. Großer Tisch. Ja, bei dem Waschbecken, was die hat. Ja, ja, gut. Ich erinnere mich. Vor allem der Kronleuchter, der ist auch in der Decke drin. Kannst du diesen... Oh, okay. Da schießt er doch direkt in. Das ist doch schön. Ich dachte gerade, du kannst den Tisch vielleicht ein bisschen wegziehen. Dass dahinter ein Schalter ist, aber da scheint es weiterzugehen. Ich glaube, der kommt nicht. Oder? Aber es läuft doch. Es läuft ja. Oh, echt? Ich staune, dass er dich nicht trifft. Wie du einfach locker dastehen bleibst. Komm noch, Junge. Haha. Guck mal, ein Dildo. Oh, das war er. Kannst du den anfassen? Sieht aus wie so ein Schalter. Sieht wirklich so aus. Ist ja auch ein Schalter. Ach so, hast du den schon betätigt? Frau. Da geht bestimmt die Tür auf. Ja, ist doch schön. Oh, was hat der denn da schön gehabt? Gehabt. Was war in der Aussicht? Sieht so aus, ja. Oder Aufgang. Ne, ich denke eher Untergang. Aha. Hm, da gibt es wohl bald neue Waffen. Uzi. Da geht es denn richtig ab. Steht Zapchenkopf da. Ja! Ich mache euch kaputt. Uh, da ist noch was. Da ist die Uzi drin. Oder die Uschi. Weiß es noch nicht. Klopf mal an. Schlimm schläft da jemand gerade. Ich drück mal den Schalter. Mhm. Er ist wahrscheinlich wieder irgendwie mal gelootet. Nein. Zieh am Dildo. Gespawnt. Meine. Sieht aus wie ein Schalter. Ach, warte. Lass dich. Nur weil ich nicht so versaut bin wie die. Ja. Oh, du bist versaut, ja? Gut zu wissen. Ach. Wo kommt er denn bitte her? Vielleicht hätte ich Medipack nehmen sollen. Ja. Das kannst du jetzt nochmal tun. Hm. Oh. Na gut, okay. Ist ja jetzt auch nicht allzu weit weg. Aber da kommt gleich jemand. Hat der ja schon was zu suchen. Stimmt. Weil der sein Sackgesicht ist doch eine Tür gewesen. Nee. Du bist schon längst drin und sagst jetzt erst nee. So. Da finde ich eine Tür. Vielleicht ist das auch mit dem Schalter aufgegangen. Hm, das kann sein. Da ist die UC drin. Jo. Ah, da ist der Balkon. Mhm. Jetzt kannst du ihn ja doch noch looten. Guck mal. Was für ein Umweg. Dezent. Oh, guck mal. Oh. Eine Amy. Ist für mich immer noch ein Draher. Ist es ja auch. Hat man ja am Anfang gesehen. Wenn du guckst gleich, ne? Hast du einen Namen? Wenn du mal so kurz überlegen. Ist ja richtig. Wie du schon mal vorwarnst. Na komm. Ich höre ihn aber auch nicht. Putt 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 putt. Vielleicht muss ich ihn auch erst mal spawnen lassen, dann kann ich rausgehen. Einfach so jetzt hören. Ja, ja. Also. Komm. Sehr gut. Looten und dein Medipack nicht vergessen. Spächer. Ja. 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 Oh Gott, was? Wie mies. Okay, aber gut gemacht. Scheiße, man muss immer bei jedem Gegner muss man einmal absetzen. Hast du auch nix bei? Was seid ihr denn so geizig? Unglaublich. Braucht ihr doch nicht mehr. Na, nicht mal ne Uzi. Nicht mal ne Uzi. Das kann man vormeinander erwarten und den mit Schlagsteckern auskommen, was du zählt. Nix. Oh, schlechter Kamin. Mhm, ja. Könnte da drin ein bisschen rauchen. Ja, tisch. Also kannst du leichter die Kerzen auswechseln. Ach so, von hier kommen wir. Mhm. Warum können wir wieder zurück? Hast du da vielleicht auch noch irgendwo ein Dildo oder ich meine einen Schalter? Das ist wo ich gerade. Vielleicht der Kronleuchter. Mhm. Da kein Kronleuchter ist, sondern ein Wandleuchter. Ich kann zaubern. Nö. Anscheinend nicht. Ist auch ein bisschen dünn, das Ding. Kann doch nicht sein. Wir sind doch nicht nur hierher gekommen, um angeschossen zu werden. Ich meine, angebumst zu werden. Oh! Oh! Alter, doch. Jetzt mal komm. Ich glaube, da hast du es rein schieben müssen. Ben. Ist hinter dir was? Ja? Okay. Ich seh nichts. Na gut, weitermachen. Das waren komische Geräusche, die machen mir ein bisschen Angst. Mhm. Hört sich an wie irgendein gequälter Frosch. Ja. Oder eine Schildkröte. Eine Schildkröte. Ganz wichtig, das so zu betonen. Mhm. Das ist eine Schildkröte. Noch mal in den Po geschossen. Entweder ist er runtergefallen oder es war es schon. Wegen der Maus. Nee, weil ich dem Spiel nicht mehr vertrauen kann. Ja. So oft wurde ich plötzlich einfach überrollt und zerstochen. Willst du noch mal speichern? Okay. Ja gut. Ich lade. Ich lade. Tut so die Hand weh. Das glaube ich dir. Schwerter. Mhm. Interessant, dass sie jetzt noch nicht auslösen. Wir haben gerade gespeichert, ne? Ja. Sehr gut. Wie es auch gleich wieder aufhört. Sag mal, warum hast dich das Spiel so? Wieso nicht? Wird es so grünlich, ob es noch gut ist? Nee, ich glaube, es ist schon kaputt gestimmt. Kannst du da einfach drunter durchschwimmen? Und auf der anderen Seite wieder hoch? Oh. Oder weil du jetzt furcht bist? Hm? Ich bin doch gerade erst angezündet. Vielleicht durch den gewagten Sprung hier hat er doch ein bisschen Schaden genommen. Dem ja. Mhm. Wahrscheinlich die Plattform macht das. Ja, du standst. Meinst du? Mhm. Ich glaube, ja. Ach, das ist mit dem Feuer? Ja. Das ist eigentlich easy. Darunter durch. Oh, da geht es sogar noch runter. Oder? Ja, ist eine Tür. Eine Falltür. Das heißt, du musst da, äh, okay. Gut, das geht auch so. Hm, und dies. Und auch ein Typ. du schießt noch auf den Hund, ne? Danke. Und du weißt auch nicht, ob er dich jetzt gerade getroffen hat, ne? und du weißt auch nicht, das ist ein Teil der Hund. Und du weißt auch nicht, das ist ein Teil der Hund. Ja, wenn du so ein Sekündchen wartest, dann kannst du doch eingreifen. Waren das alle? Ey, wer baut denn so ein Haus? Ohne Scheiß. Ich möchte denn da nicht runter. Nicht? Nee. Sieht doch gemütlich aus. Parcours-mäßig wie zu Hause. Ja, ich stelle mir auch mal an. Wann sind die denn kaputt gegangen? Gute Frage. Ich wartet nicht. Jetzt sagen sie alle. Oh. Kannst du den wöken? Ne. Gibt's auch nicht. Mhm. Hier können wir auf jeden Fall wieder hochklettern. Ja. Und das ist ein Unterwasserparcours. Mhm. Musik hört unter Wasser auf, aber Vögel zwitschern weiter. Ja. Dumm sicher. Auch schon kaputt. Na Gott sei Dank, wir hätten das nicht kaputt bekommen. Ach, wer macht dann bitte schön Fenster und das? Was? Ach, da geht's auch noch weiter. Es wird langsam kompliziert, wa? Mhm. Es wird auf jeden Fall richtig anstrengend. Jetzt langsam. Komm ich auch nicht hoch. Nee. Und da ist noch ein kleines Türchen. Und das wird wahrscheinlich unten irgendwo, da liegt was. Wird wahrscheinlich unten irgendwo ein Schalter sein. Ah, sei froh, dass du tauchen kannst, solange du möchtest. Stell dir vor, du müsstest da, darauf jetzt auch noch achten, dass es nicht die Luft ausgeht. Nee, Mann. Du hast eher keinen Bock drauf, ne? Mhm. Ich hatte doch Bock, irgendwie was zu sehen. Ja, ne? Puh! Die Hände hat was geglänzt, oder? Ich glaube auch. Ja. Auf Wasserflaschen. Medipack? Drache? Nee. Ja, Drache. Goldener. Mit einem laufenden Männchen drauf. Mhm. Ah. Du kannst doch ertrinken. Ich kann ertrinken. Gut, dass sie irgendwie mal Bescheid sagt. Wieso haben wir mir TikTok-Videos geschickt? Wollen wir das letzte Mal gespalten? Das ist noch nicht so lange her, glaube ich, ne? Oh Gott, da. Ja gut, okay, aber es war trotzdem nicht weit. In der Nacht werde ich schon noch schlafen. Ja. Zu looten hatte es ja nichts. Nee. Ich warte noch auf den Tag, wo es nicht so tief ist, und nur einfach unten so knack aufschläfst. Wieso hasst du mich so? Niemals. Warum ist denn da drauf? Als ob ich dich hassen könnte. Wie sich wieder aus... Ähm, 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 ähm... Flair aus den Arten zaubert. So, jetzt will ich Kaffee. Goldnes Drachen, Amy. Oh, da kommst du nicht mehr hoch. Wie, das ist mies. Komme ich wahrscheinlich damit. Mhm. Sehr gut. Da geht's auch gleich nochmal... Ach, hier sind wir. Ach, da bist du ja. Okay. Nein. Ich hab dir eine Sekunde Zeit gelassen. Ach so. Aber nein. Ach, manne, ey. Mit dir kann man nix machen. Frau, wie jetzt mit mir? Ja, mit dir. Nee, gar nicht wahr. Guck mal, mit dir kann man nix machen. Stein, knack. Wie Pocahontas. Wie jetzt? Jeder hat seine Berechtigung zum Leben. Nein, doch wie Pocahontas. Wie lange die brauchen, unter Wasser irgendwas zu machen. Speichern, nicht laden. Da oben ist noch ein Schalter. Wo? Rechts. Ja, da muss ich jetzt noch rankommen. Hm. Wo? Da. Das ist eine Tür. Ist das nicht ein Schalter? Das ist eine Tür, oder? Nee, ein Schalter. Aber mit mir kann man ja nichts machen. Nee, kann man auch nicht. Wie jetzt? Wie gemein, du heute wieder bist. Und nun? Ja, jetzt musst du da irgendwie hoch. Das eine Bild, das ist der Hinweis. Nee. Nee. Ja, da kommst du auch wieder zurück. Wie so aussieht. Aber wie kommst du denn da nach oben? Nee. Ach, kannst du draußen die Wand noch weiter hochklettern? Können wir nach einer anderen Wand hochklettern? Haben wir irgendwo die eigene Nordwand? Was? Was? Nee. Aber in dem kleinen Räumchen da, da war auch noch ein kleines Türchen. Aber da sind wir nicht hochgekommen. Ja, ja. Also ist das auch nicht aufgegangen, wahrscheinlich mit dem Schalter. Können wir da unten vielleicht hochklettern? Ja, das glaube ich nicht. Also theoretisch müsste es gehen, aber ich glaube, wir haben Schwung nicht. Das funktioniert nicht. Nee, ist nicht offen. Da kommst du ja auch nicht hoch, ne? Ein Schalter scheint auch nicht zu sein. Oder ist das ein Schalter? Nee, ist eine Tür, ne? Ist bei der Neue noch eine Tür. Mhm. Könnte ich jetzt auch sagen. Ja. Oder ob da unten noch ein Schalter ist? Claire? Ah, nee. Sieht nicht so aus. Na gut. Ich würde sagen, dann ist das ein guter Punkt, um aufzuhören. Ja, doch. Und nächstes Mal weiterzumachen. Das stimmt, ja. Wir haben jetzt bald vier Stunden aufgenommen. Ja. Er hat das ordentlich. Ich merke meinen Hintern. Ja? Uh. Da kannst du reingehen und verbrennen. Scheiße. Das ist ein guter Punkt, um aufzuhören. Wann hatten wir gespeichert? Ähm. Das war gar nicht so lange her. Ich glaube, du hast da schon alles erledigt. Genau, da warst du da wieder zurück. Ah ja. Mit flair in der Hand. Okay. Gut. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Tschau, tschau. 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 Tschau, tschau.